Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute möchte ich mit euch einfach nochmal über meine neue Homepage sprechen. Ihr habt es ja wahrscheinlich schon auf meinem großen Kanal gesehen. Ich habe es dort ja angekündigt. Ich habe jetzt eine neue Homepage, die ich zusammen mit Web4Business entwickelt und online gebracht habe. Zu dieser Homepage habe ich euch natürlich auch oder zu dem Thema Homepage, neue Homepage, habe ich euch dann auch nochmal etwas um Feedback gebeten und dieses habe ich auch zahlreich erhalten, sei es per Kommentar oder auch per E-Mail und hier auf dieses Feedback möchte ich hier in dem Video auch nochmal eingehen und möchte euch auch nochmal einige andere interessante Aspekte hier mitteilen. Aber vorher habe ich noch einen ganz wichtigen Punkt. Wir befinden uns ja aktuell in einer nicht besonders schönen Situation, diese Corona-Situation und gerade hier geht es teilweise vielen kleinen Firmen nicht so besonders gut und hier ist auch gerade die Digitalisierung so ein Punkt, der ist eigentlich für uns alle sehr wichtig, besonders für Kleinunternehmer, Freelancer oder vielleicht auch kleinere YouTuber. Hier in dem Zug möchte ich euch auch nochmal schnell auf etwas hinweisen und zwar schauen wir einfach kurz mal auf meinen Bildschirm. Unter der Webadresse www.hilfedigital.de hat Web4Business nun ein tolles Projekt ins Leben gerufen und zwar die hilfedigital.de. Hier auf dieser Webseite können sich nun kleinere Betriebe, Freelancer einfach melden und hier dieses Formular abschicken und hier erstellt dann Web4Business innerhalb von 48 Stunden eine Homepage mit passenden Bildern und Text. Wenn ihr vielleicht schon bereits auch eine Homepage habt, übernimmt hier Web4Business auch den Umzug, die Renovierung und das alles natürlich kostenfrei. Das ist jetzt eine Hilfeaktion, gerade hier in diesen Corona-Zeiten, denn hier, wie gesagt, brauchen viele kleine Firmen natürlich auch digitale Unterstützung. Eine Homepage alleine reicht aber oft hier auch nicht aus, deshalb gibt es auch noch zahlreiche Marketing-Tools, zum Beispiel Online-Shop, Newsletter-Integration, Terminbuchung oder Chat-Funktion. Man kann die hier erstellte Homepage natürlich auch jederzeit selber editieren, wenn man hier aber nicht mehr weiter weiß, helfen einem natürlich die Mitarbeiter von Web4Business hier weiter. So, das soll es erstmal zu dieser Thematik gewesen sein. Kommen wir dann nochmal zu den Zuschriften, die ich erhalten habe. Fangen wir einfach mal mit den ersten Kommentaren an und zwar schauen wir hier nochmal auf meinen Monitor. Hier habe ich jetzt einfach mal meine Homepage geöffnet und hier wurde ich von einem Nutzer hingewiesen, die Cookie-Police, der Cookie-Hinweis ist hier oben. Das heißt, solange dieser Cookie-Hinweis hier eingeblendet wird, können wir die Navigation nicht verwenden. Das heißt, wir müssen erst hier bestätigen und kommen jetzt hier in meine Navigation. Das ist so gewollt, denn ich möchte, dass der Nutzer, der hier auf die Homepage kommt, natürlich versteht, dass diese Homepage-Cookies verwendet und auch diesen Cookies zustimmt. Dann kommen wir gleich zu einem weiteren Kommentar. Hier hat mich auch ein Zuschauer kritisiert. Er hat geschrieben, dass wir die aktuellen EU-Richtlinien zu den Cookie oder den Cookie-Richtlinien nicht richtig umgesetzt haben. Ich weiß, was du meinst. Du möchtest, dass die wichtigen Cookies hier einzeln ein- und abgeschaltet werden können. Hierzu spreche ich nochmal mit Web4Business und werde mich nochmal abstimmen, was hier nötig ist und was nicht nötig ist. Wir haben uns aber erstmal dazu entschieden, einen Präzedenzfall abzuwarten. Denn diese aktuelle Situation oder diese aktuelle Vorgabe der EU, wie das hier umzusetzen ist, ist eigentlich noch nicht so richtig in der Rechtsprechung in Deutschland angekommen. Das heißt, es gibt hierzu noch keine aktuellen richtigen Abmahnfälle und man weiß eigentlich so noch gar nicht, so richtig, wie man das auf der Webseite umsetzen soll. Es haben schon einige Webseiten jetzt angefangen und fragen euch, wenn ihr auf die Webseite kommt, wollt ihr diese Cookies, wollt ihr die Tracking-Cookies, wollt ihr die Werbe-Cookies einschalten, wollt ihr sie ausschalten? Aber hier ist die aktuelle Situation noch so, dass die Geschichte noch so unklar ist, dass wir uns einfach nochmal dazu entschieden haben, erstmal die alte Variante hier laufen zu lassen. Das heißt, wir weisen auf die Cookies hin. Wir machen den Hinweis so, dass er natürlich auch von jedem gesehen wird. Wir verlinken auf die Cookie-Richtlinien. Das heißt, jeder kann sehen, was für Cookies auf meiner Webseite verwendet werden und kann dann so selber auch entscheiden, ob er sie im Browser einschaltet oder ausschaltet und muss dann dementsprechend natürlich zustimmen, bevor er dann auch hier auf meine Navigationsleiste kommt. Und inwieweit wir das nochmal anpassen, hier kann ich euch eventuell auch nochmal auf dem Laufenden halten. Aber wie gesagt, hier warte ich erstmal die aktuelle Rechtsprechung ab, denn hier herrscht im Moment gerade hier im deutschen WWW doch ein einziges Chaos. Jeder setzt irgendwas um, aber so eine richtige Linie existiert einfach noch nicht. Dann kam noch eine weitere Frage oder eine weitere Anmerkung. Marc, du hast ja deine Webseite sehr schön aufgebaut, aber in erster Linie besteht sie ja eigentlich nur noch aus YouTube-Links und einigen kleinen Service-Angeboten. Das heißt, ich zeige hier, welches Equipment ich habe. Ich habe einige Schaubilder. Die waren mir persönlich auch sehr wichtig. Das heißt, hier sind meine Elektro-Schaubilder. Ich habe ja zu einigen meiner Elektro-Videos einige Skizzen angefertigt und die möchte ich natürlich weiterhin hier auch im Internet zur Verfügung stellen. Weitere Angebote. Ich hatte ja damals auf meiner alten Homepage sehr, sehr viele Unterseiten und habe mir hier sehr viel Arbeit gemacht und habe sehr viele Zusatzmaterialien zu meinen Videos angeboten. Sehr viele weitere erklärende Textinhalte und so weiter und so fort. Hier muss ich aber sagen, habe ich festgestellt, dass das sehr viel Arbeit ist und von sehr, sehr, sehr wenigen meiner Zuschauer genutzt wurde. Das heißt, ich habe mich hier stundenlang hingesetzt, habe hier Texte runtergeschrieben, habe hier Sachen recherchiert, Grafiken hochgeladen und im Endeffekt sind diese Seiten dann effektiv im Monat von 10, vielleicht 20 Personen besucht worden und Feedback habe ich hierzu eigentlich nie erhalten. Deswegen habe ich hier meine Webseite, auch um sie etwas schlanker wirken zu lassen, doch recht stark abgespeckt und nur noch auf das Wesentliche konzentriert oder es konzentriert sich alles nur noch auf das Wesentliche und das ist halt bei mir YouTube. Das heißt, die meisten meiner Angebote laufen über YouTube. Ich habe hier meinen Heimwerkerkanal, hier gebe ich meine Heimwerker-Tipps. Ihr könnt mich bei meinen Projekten begleiten und ich fokussiere mich im Moment auch sowieso auf dem Heimwerkerkanal auf Anleitungen. Das heißt, ich gebe sehr viele Projektanleitungen, sehr viele Installationsanleitungen, Bedienungsanleitungen und das ist auch mein Hauptfokus. Dann haben wir natürlich hier diesen Kanal. Dieser Kanal, wie ihr schon im Namen hört, bezieht sich ja auch überwiegend auf Tests und Tipps und auch vor allen Dingen auf Tipps zu YouTube. Hier haben wir, Contributor, auch eine eigene Plattform. Das heißt, wir haben hier das YouTube-Hilfe-Forum und auch noch zahlreiche andere Plattformen, wie zum Beispiel auch die gesammelten YouTube-Hilfe-Videos. Die kann ich euch auch nochmal hier unten verlinken. Und das ist meiner Meinung nach eigentlich schon genug Zusatzmaterial. Wenn ich jetzt hier nochmal eine eigene YouTube-Hilfe-Seite auf meiner Homepage aufbaue, so macht das eigentlich meiner Meinung nach wenig Sinn, da hier diese Seite dann auch wahrscheinlich von wenigen Nutzern genutzt wird. Mein Hauptfokus liegt ja hier dann dementsprechend auch auf den Videos. Also habe ich dann dementsprechend mich auch hierauf beschränkt, dann die Videos zu verlinken, indem man jetzt hier einfach auf Home geht. Kann man dann hier mit den dementsprechenden Unterpunkten zu meinen Hauptkanälen kommen und kann dann hier auch nochmal einige Zusatzinformationen bekommen. Oder man kommt direkt auf meinen Kanal. Das ist eigentlich sowieso das Ziel, was ich mit dieser Homepage verfolge. Wenn ihr hierzu allerdings nochmal Tipps habt oder irgendwelche Anregungen, was fehlt noch auf meiner Homepage, was würdet ihr gerne nochmal auf meiner Homepage sehen, so könnt ihr mir das natürlich mitteilen. Es wäre dann natürlich sinnvoll, wenn das auch Projekte sind, die irgendwo umsetzbar sind. Ich kriege immer wieder von einzelnen Usern, Nutzern Anfragen, ob ich nicht mal dies oder das machen könnte. Dann sind aber diese Anfragen teilweise so gestaltet, dass es ein Wahnsinnsaufwand ist, dieses umzusetzen und dann hier einzuprogrammieren. Und dann mache ich das für ein, vielleicht zwei Nutzer, setze mich eine ganze Woche hin, habe hier Arbeit damit. Und hier muss man dann ein bisschen überprüfen oder ein bisschen abwägen, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn. Wenn natürlich gute Tipps von euch kommen, die ich eventuell auf meiner Homepage umsetzen kann, die dann auch der großen Masse etwas bringen, so werde ich das eventuell auch umsetzen. Dann habe ich noch einige Fragen zu meinen Webcams erhalten. Wir schauen einfach mal zu meinen Webcams. Hier können wir auch nochmal über meine alte Webseite drüber schauen. Das war meine alte Homepage. Und hier hatte ich den Punkt Webcams sehr stark ausgebaut. Das heißt, ich hatte hier meine aktuell drei vorhandenen Webcams laufen. Ich hatte auch sowieso mal den Plan, hier nochmal mehr Webcams einzubauen. Allerdings kam dann 2018 die neue DSGVO-Richtlinie. Und die macht das eigentlich in Deutschland nahezu unmöglich, noch vernünftig Webcams zu betreiben. Deswegen habe ich diesen Sektor jetzt etwas zurückgefahren. Ich habe in den letzten Jahren hier sehr viel Geld reingesteckt, wenn nicht sogar verbrannt. Das hat mich mehrere tausend Euro gekostet, diese Webcams aufzubauen. Und diese muss ich natürlich auch am Laufen halten. Das heißt, ich brauche Strom. Ich brauche eine dementsprechend leistungsstarke Internetverbindung. Ich hatte auch mal teilweise wirklich live gestreamt von diesen Webcams. Aber wie gesagt, anhand der hohen Kosten, die jetzt hier entstehen, und der hohen rechtlichen Hürden, habe ich hier diesen Sektor sehr stark zurückgefahren. Hier seht ihr, wie gesagt, nochmal meine alte Homepage. Hier konnte man dann dementsprechend auch nochmal gezielt die Webcams anfahren. Und ich hatte hier auch nochmal Zusatzinformationen zu den einzelnen Bildern hinzugegeben. Jetzt haben wir den Sektor etwas zurückgefahren. Das sind jetzt hier meine neuen Webcams. Das heißt, wir klicken hier auf Webcams, scrollen nach unten und sehen jetzt hier nur noch die drei Webcams. Wir können die Bilder dann dementsprechend auch nochmal etwas vergrößern und können dann hier nochmal nachschauen, wie ist das Wetter hier an meinem Standpunkt, wie ist die Temperatur. Hier habe ich ein kleines Thermometer eingebaut. Und die aktuelle Lage hier checken. Wir sehen halt die DSGVO. Ich muss Fenster oder Personen, die im näheren Bereich angeblendet werden oder sichtbar wären, müssen unscharf werden. Ich habe auch jetzt hier die Webcams so eingestellt, dass der Fokus mehr auf das Thermometer geht und hier im Hintergrund alles unscharf gezeichnet wird, sodass man auch hier keine Persönlichkeitsrechte mehr verletzt. Ihr seht schon, das Thema ist wirklich komplex. Deswegen habe ich es jetzt etwas zurückgefahren. Ich hatte Ende 2019 im selben Zug, wo ich auch hier überlegt habe, ob ich die Webseite einstelle. Auch darüber spekuliert, stelle ich jetzt hier meine Webcams auch komplett ein, denn es ist ja doch ein sehr hoher Kostenfaktor, diese zu betreiben. Aber es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, diese Webcams online zu setzen. Und die sind auch schon seit 2016 jetzt online. Ich finde es wirklich schade, wenn ich diese jetzt auch noch abschalten muss, nur wegen irgendwelchen sehr, sehr harten Gesetzlagen. Deswegen haben wir uns jetzt hier auf diese etwas abgespecktere Variante eingelassen und haben diese jetzt hier auf meiner Homepage aufgebaut. Wenn ihr hierzu natürlich auch noch mal einige Vorschläge oder einige Tipps für mich habt, könnt ihr mir die gerne mitteilen. Wichtig wäre mir halt, dieser Sektor sollte nicht unnötig hohe Kosten verursachen. Ich stelle gerne diese Webcam-Bilder weiter zur Verfügung. Aber ich muss halt schauen, dass ich die Gesetzlage einhalte. Und es sollte auch im Rahmen bleiben, denn dieses Projekt wird von mir komplett privat finanziert und ich bin nicht mehr bereit, mehr als 1.000 Euro hierfür im Jahr auszugeben. Das ist schon eine horrende Summe und da habe ich es jetzt einfach mal gedeckelt. Und da sind wir jetzt bei Strombetrieb und einigen rechtlichen Fragen, die ich hier klären muss. Gerade so noch im Limit, das heißt so um die 1.000 Euro gebe ich für meine Webcams im Jahr aus. So, das wäre es eigentlich im Großen und Ganzen zu meiner Webseite gewesen. Einen kleinen Einwurf habe ich jetzt auch noch. Seitdem meine neue Webseite am Start ist, sind meine E-Mail-Postfächer sowie natürlich auch meine Anfragen explodiert. Wir schauen einfach mal hier auf meinen Kontakt. Wenn ich hier auf Kontakt klicke, habe ich hier noch ein kleines Kontaktformular. Hier musste ich schon etwas zurückrudern. Dieses Kontaktformular ist in den letzten zwei Wochen im wahrsten Sinne des Wortes übergelaufen. Ich hatte hier bis zu 40, vielleicht sogar 50 Anfragen am Tag über Kontaktformular und über E-Mails zu irgendwelchen heimwerkertechnischen Problemen. Auch YouTube-technisch gibt es sehr viele Probleme aktuell jetzt zu Corona-Zeiten. Viele versuchen jetzt einen Kanal zu eröffnen, kommen mit ihrer Monetarisierung nicht klar und, und, und. Und ich bitte hier nochmal um Verständnis. Ich kann diese Anfragenflut nicht mehr beantworten. Das heißt, viele von diesen Anfragen sind auch teilweise so speziell, die kann ich auch nicht aus dem Bauch heraus beantworten. Hierzu muss ich dann selber einen Anwalt kontaktieren, muss mich selber nochmal belesen, muss mich schlau machen, muss mich in die Materie einarbeiten, muss mich in einen Schaltplan einarbeiten. Das ist einfach nicht kostenlos stemmbar. Das heißt, ich müsste jetzt hier wirklich, um manche Anfragen zu beantworten, ein oder zwei Arbeitsstunden einplanen. Und viele wollen hier wirklich nur kostenlose Hilfe haben. Das kann ich einfach nicht umsetzen. Nichtsdestotrotz könnt ihr mir trotzdem über dieses Kontaktformular gerne eure Wünsche, eure Mitteilungen mitteilen, euer Feedback geben. Aber ich möchte hier nochmal darum bitten, seht es mir nach. Ich kann wirklich nicht jedem antworten. Und es kann mitunter auch sehr, sehr lange dauern, bis ich eventuell vielleicht doch dem einen oder anderen antworte. Denn ich betreibe hier ein Gewerbe. Hier muss ich sehen, dass ich alles noch am Laufen halte. Nebenbei muss ich meine Videos drehen, Videos schneiden, die Kanäle hier verwalten. Und ich verwalte auch noch einige andere YouTube-Kanäle für andere YouTuber. Und diese YouTuber wollen natürlich auch die bezahlte Leistung dann erhalten. Und hier kann ich auch keine Abstriche machen. Deswegen möchte ich hier auch nochmal, wie gesagt, um Verständnis bitten. Ich weiß, andere YouTuber machen es sich ganz einfach, wenn ihr hier eine Frage stellt, wird einfach gar nicht mehr geantwortet. Und ich sehe leider den Trend auch bei mir so dahingehend. Bei den vielen Anfragen, die ich bekommen habe, werde ich, wie gesagt, es ist einfach nicht möglich. Ich bitte hier wirklich um Entschuldigung. Es geht wirklich nicht. So, das soll es dann auch erstmal zu meinem kleinen V-Log, zu meiner Webseite gewesen sein. Wie gesagt, Feedback packt es mir unten in die Kommentare, schreibt es mir in meinem Kontaktformular. Und damit komme ich auch zum Ende meines Videos. Hat mein Video euch in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr in meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage Ihnen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.